Ich habe immer noch den Anfang nicht verstanden von dem Spiel, wo er sagte, dass er nichts vergessen darf und sich dann dieses Vergesseneskram Zeugs reinpfeift. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Muss ich das Spiel mich jetzt jagen lassen, dann hier einmal im Kreis rennen? Das ist bestimmt viel schneller als ich. Fuck this shit, I'm out. Okay, das hat funktioniert. Ist ja dumm. Na gut. War eigentlich so ein Joke, aber okay. Mal gucken, ob das viel gerne reagiert, wenn wir springen, aber... Tschüss! Juhu! REN'T! 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 R Oh, Moment mal, kurz, der Mikrofon fängt an zu brummen. Ach, Dankeschön. Ich hasse das, manchmal macht's das einfach. Eigentlich komme ich nicht gegen das Kabel gegen oder so, aber dann fängt die da an, so ein bisschen zu brummen. So wie jetzt schon wieder, Alter. Voll jetzt, aus. Nein. Mikrofon. Don't make me angry. So, jetzt ist, äh, wieder in Ordnung. Ach. Moment, ich hab's gleich. Nein. Jetzt. Aus. Papa mag das nicht. Bist du jetzt friedlich? Blablablabla. Okay, gut, easy. Oh, da, ja. Das ist jetzt Soundeffekte, dass er eine Leiter hochklettert oder ein Soundeffekt von der Leiter, die kaputt gegangen ist. Okay, ich glaub, da kann man auch wieder runter. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Was zum Zündeln. Das sieht doch einladend aus hier. Hallo? Oh, Steine. Aber was zum Mitgehenlassen. Wieder was zum Zündeln. Ganz schön dunkel hier. Verdammt dunkel hier. Ja, gut, hier brauche ich definitiv die Laterne. Okay. Ich mag das nicht. Nee, nee. No, I don't. Ist hier noch irgendwas? Oh, was zum Zündeln. Diese Texturqualität ist ja der Hammer. Ähm. What? Agrippa, ich brauche Sie, um wohnen zu bleiben. Können Sie den Syringe fühlen? Nein. Ich kann nichts fühlen. Alexander? Ja? Soon. Ich werde sogar nicht mehr aufhören, will ich? Dein Leben ist sicher. Ich habe das nicht. Ich werde nicht mehr aufhören, aber es wird besser leben. Oh, der lebt ja noch. Hä? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie den Propheten hinter der Leibenden? Hahahaha. Hör mir. bist du hinter der Leibenden? Du willst du perchdeten, Alexander? Du hast nur belastet. Alexander ist trafledig. Kein alles. Ja. Das ist nicht ganz demerksam. Ich weiße. Das Leben ist eigentlich eine Parade, aber ich denke, es ist mein Leben. Es könnte von einem anderen beurteilen, aber Alexander hat seinen, ich meine, einen, lange Zeit gemacht. Wirklich? Wenn du die Wahrheit erzählst, von allen Dingen, findest du die Pfeifen von der Bremse und weg. Ich glaube, er benutzt ihn für Porta. Das ist praktisch Leak-Math, das ist ziemlich gut, ich verstehe. Ich glaube, er hat einen Weg, aber ich weiß, dass es so schrecklich ist. Ich meine, du hast ihn. Aber wenn du etwas über einen Mann namens Johan hast, würde du es bitte bringen? Ich glaube, er hat einen Weg zu helfen. Eine Rezepte für eine Art Potion. A tonic, du bist, Princess Haskamaya. Okay, was? Agrippa, die Dying Man, seeks a note, written by a man named Johan Weyer. An Orb is needed to enter the inner Sanctum. Its scattered pieces lie... Its shattered pieces lie scattered in the Turchin rooms. Ja, warum? Ich bin ein Heinrich Cornelius Agrippi. Und das war ziemlich wichtig. Baron Alexander, um meine Seele zu verhindern. Wer weiß, wie viele, hundert sind besucht. Alexander ist ziemlich beeindruckend in vielen Wäldern, aber er hat gewöhnt. Dann kann er damit zu reden, durch diese Box. Bei mir? Ich bin Zeneck-Betzin. Alexander wirklich meint, nicht uns als Johann Heim. Hast du nie gehört von Johann Heim? Mein Gott, sein Problem ist der größte Mann in der Geschichte. Und du kennst ihn nicht? Oder ist es der Welt, der Gott weiß? Mein Pupil? Ja, ich bin Zeneck-Betzin. Ist das so falsch? Okay, wird der jetzt ewig mit uns labern oder wiederholt sich das irgendwann wieder? Ja. Okay. Oh, war's zum Zündeln. So viele Rätsel. Mein Kopf. Ah! Pfff! Shit. Was? It had gone too far. The man was suffisant, as he could no longer breeze properly between the lashes. The lalala. Ich sag jetzt look for... Okay, was auch immer. Er hat Rosenhöbel gesucht. Was auch immer einem Rosenhöbel beim Atmen helfen soll, weshalb ich das nicht so verstanden. Keine Ahnung. Schon wieder Falltüren oder sowas. Ist auch nur ein Loch in der Decke. Blaue... Ne, Türkise leuchten. Ist ja schon irgendwie cool. Leck mich fett. Was ist das für ein geiles Teil? Generell, was ist das für eine geile Ecke? Kannst du mal aufhören, so komisch zu gucken? Ich erkenne nichts. Ich erkenne nichts. Ein bisschen weiter. Es ist wie Orpheus, die in die Unterwelt zu schlafen. Bist du etwas schlafen? Was meinst du? Keine Ahnung. Deine Intuition ist... ... beeindruckend. Ich bin nicht sicher, dass ich mich folge. Es ist nur ein Mittag, nachdem. Okay, was ist das da... Ah, meine Augen. Da vorne... ... was verschwunden ist. Was ist dahinter, hinter der Tür? Betten die Tür geht nicht auf? Oh, warte, die sieht schon ziemlich offen aus. What? Wer das das wirkliche sagen können, Junge? Holy Shit! Da weiß man ja bei den ganzen geilen Sachen nicht, was man für die Thumbnail nehmen soll. Wer bist du, um mich zu fragen? Und was du mit mir... ... ... was mit der Kamera bewegt und plötzlich weg ist. Ist ein bisschen random. Das ist aber schon mega geil. Es hat mich irgendwie an so einem unterirdischen Alien-Tempel, weißt du? Aliens? Yes, endlich! Meine Bestimmung! Ähm, ja. Es ist natürlich zu warm, ich habe das in ihrer Rolle und bin komplett durch den Wind. Ich frage immer, wie viel, was jemand angestolziert ist. The scattered orb, all is lost, I must once again start over. Ever since I recovered the orb first found by Agrippa, I have depended on it for my research. The incident with Wilhelm made me most impetitious, fearing a paucity of prisoners. I proceed with the finer rituals without proper foresight, so orb cracked and fell into six parts. I have tried everything, but I have of yet not meant the thing unless I can think of a way to piece it together. I will have to find another. There is still life in the piece and even if the orb isn't restored, I might be able to salvage some of its power for some other purpose. Centuries have passed in vain and I begin to wonder if I will ever be able to see my love again. How much longer can I sustain my life? Okay. Wie hat es der Typ? Und macht das alles wegen einer Frau oder so einem Kerl? Man weiß ja nicht. Dritter Rösterhagen. Sieht so ein bisschen arabisch aus. Hier. Lies den Koran. Oder auch nicht. Oh Gott. Rätsel. Statuen. Oh, die ist golden. Die mache ich kaputt. Hui. Also stabil ist sie schon mal. Kann ich damit Dinger zerschmeißen? Kaboom. Baaah. Okay. Offensichtlich nicht. Erstmal Randale machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch mal Blut. Sieht nach einer Ritual-Dingsbums-Aktion aus. Oh, guck mal. Tinte. Okay, da kann ich nicht draufhüppnen, jetzt kann ich mich nur angucken. Gut. Also, hier ist schon mal erst mal nicht so viel. Außer ich muss unter einer komischen Ritualstelle noch irgendjemanden opfern. Falom. Weiß man ja nie. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das Ding plötzlich anfängt rumzulaufen. Da fühl ich mich einfach froh da. Sieht schon irgendwie geil aus. Muss ich leider echt zugeben. Eingestehen, zugestehen, eingestehen, wie auch immer. Mal schauen, was wir da drüben so haben. 2. August, 1839. Das Ritual ist länger als erwähnt. Und wir müssen, was braucht. Ich spende mein Zeit, die Prisoner auszulaufen. 2. August, 1839. 3. August zur spareten und schwa seinける zu können. 3. August, 1839. 4. August, 1840. 355. 6. August, 8940. 4. August, 7940. 356. lid Ich fürchte, dass da nicht die Gefangenen sind. Oh mein, nicht hier. Uh, das klingt schon mal sehr mechanisch. Uh, ganz schön modern da hinten die Schalltafel. Das ist das modernste, was ich bis hier gesehen habe in dem Spiel. Oder? I don't know. Mhm. Also auch erstmal nicht so viel. Aber ja, erstmal ist hier Sinn. Hey Baby, wie darfst du?